Es muss jedem klar sein, also wer die Grünen wählt und auch andere Parteien, die dort grüne Programme drin haben, die uns den Verbrenner verbieten wollen, der verbietet eine preiswerte Lösung für den individuellen Verkehr. Das heißt, Leute, die wenig im Portemonnaie haben, die werden benachteiligt und das wird dann zum Luxusgut. Es heißt ja gerne mal auch von Leuten aus unserer Blase, wobei die dann meistens eher so die Altparteien meinen, die Politiker der Altparteien. Die Politiker würden in Deutschland zu viel Geld verdienen. Ich finde das nicht. Ich ecke gerne immer an in unserer Blase mit meiner Einstellung, die verdienen viel zu wenig. Und das ist auch der Grund, warum so viele Politiker in Hand und Würden sind, die es einfach nicht drauf haben. Auf die Politiker natürlich ausgenommen. Weil, wie komme ich drauf? Das ist hier der klare Beleg. Wir fahren hier mit einem uralten Audi. Auch noch mit einem Verbrenner. Warum fahren Sie, Herr Contré, nicht zum Beispiel modernen Tesla? Also erstmal kommen E-Autos für mich nicht in Frage. Und ein Auto ist für mich ein Nutzungsgegenstand und solange der hier fährt, fahre ich ihn auch sehr gern. Hat soweit alles, was man braucht. Ich komme von A nach B und das ist die Hauptsache. Und ja, E-Mobilität ist ja nur deshalb bei uns so, weil sie Geld des Steuerzahlers bekommt. Das heißt, so ein E-Auto wird ja subventioniert. Die ganze Technik wird subventioniert. Und nur deshalb gibt es die E-Autos. Und am Markt würden sie sich gar nicht durchsetzen, normalerweise. Und natürlich wird diese E-Mobilität propagiert, ideologischerweise, mit Attributen, die sie gar nicht hat. Also da wird immer gesagt, das CO2-arm stimmt ja gar nicht. Der Strom, den sie verbrauchen, der ist genau der gleiche Strom wie andere auch. Also mit Kernenergie, Kohle unter anderem. Aber das ist nicht das Kriterium. Jeder, der so ein E-Auto haben möchte, der soll es auch durchaus haben. Nur muss er dann selber dafür aufkommen. Und die Infrastruktur sollte nicht der Steuerbezahler zahlen, sondern eben derjenige, der sie nutzt, der das E-Auto sich leisten möchte. Ist ein Luxusgut, soll er machen. Leider wird aber jetzt hier subventioniert, dem Steuerzahler das Geld weggenommen. Und das ohne Not. Wir haben einen Verbrenner. Wir haben bitte der neuesten Dieseltechnologie. Also durchaus auch einen ganz, ganz niedrigen CO2-Verbrauch, wer denn so argumentieren möchte. Und im Übrigen ist die neueste Dieseltechnologie umweltfreundlich. Und ja, dem ist also nur ideologisch legen die Linksgrünen der Dieseltechnologie was in den Weg. Wahrscheinlich, wenn man alles zusammennimmt, sogar noch umweltfreundlicher als ein E-Auto, oder? Also im Moment ja. Wir wissen ja, dass solches E-Auto sich erst ab 200.000 Kilometern rechnen würde. Bis dahin brechen die Batterien zusammen. Die machen die Hälfte des Wertes eines E-Autos aus. Und dann können wir uns ausrechnen, dass sie gar nicht in die Nähe der Umweltfreundlichkeit eines Dieselautos kommen. Haben Sie gerade 200.000 gesagt? Ja. Ich habe zweieinhalbtausend verstanden. Das wäre ja schön. 200.000 Kilometer, die also so ein E-Auto fahren müsste, um dann an den Diesel heranzukommen, was jetzt Umweltaspekte und auch CO2-Ausstoß anbildert. Wir haben uns ja auch schon mal sehr lange über Windkraft unterhalten. Da hatte ich Sie ja gefragt, ob es auch irgendwelche Vorteile gibt in der Windkraft. Da haben Sie gesagt, nein, kein einzigen. Wie sieht es denn bei E-Autos aus? Zum Beispiel fällt mir da ein, sind Sie so schön leise. Ja, 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 also ich habe ja selbst mal so einen Tesla, habe ich mich mal reingesetzt und ja, also das fährt sich gut und man hat ja einen schnelleren Vortrieb und beschleunigt schöner und ist leiser. Ja, das schon. Ja, ist er echt in der Beschleunigung? Ist er schneller als ein Verbrenner? Echt? Ist so, also drückst du es rauf und der geht sofort los. Okay, spannend. Nachteil ist die Reichweite. Ja, ja, ja. Unter anderem. Und eben die Kosten. Das sind Lithium-Batterien und die rechnen sich beileibe nicht. Und ja, das ist ökonomischer Unsinn. E-Mobilität ist ja auch ein uralter Hut, über 100 Jahre alt. Konnte sich bislang nicht so richtig durchsetzen. Genau, im Gegenteil. Ist er wieder verschwunden. Am Anfang, ich glaube, 20er Jahre oder so hatte man sie. Und für Nischen mag das ja durchaus vorstellbar sein. Aber flächendeckend ist es völlig unökonomisch. Und würde es sich lohnen, dann hätte der Markt eben diese Lösung länger auch gehalten. Aber dem ist ja nicht so, hat sich nicht durchgesetzt, der Verbrenner ist das A und O. Die Diesel-Technologie ist das A und O. Und da kann uns also kaum jemand was vormachen. Nun hat ja aber die EU gerade beschlossen, dass der Verbrenner ab 2035, glaube ich, ja, was eigentlich genau, was da passiert? Da darf kein Verbrenner mehr produziert werden. Also es ist völlig irre. Es ist völlig irre, dass hier die individuelle Mobilität verteuert wird. Also E-Mobilität wird immer teurer bleiben als der Verbrenner. Und ja, das wird den Menschen weggenommen. Also diejenigen, die darüber befinden, das so entscheiden, die leiden nicht drunter. Die können sich ja dann auch ein E-Auto leisten, alle anderen nicht. Ich bin Laie bei dem Thema. Könnte es nicht sein, wenn die Batterien immer kleiner und leichter und leistungsstärker werden, dass es dann doch irgendwann günstiger wird als die Verbrenner? Das ist ja das ganz Fatale, dass man das suggeriert. Nur der Physiker wird Ihnen sagen, also wir sind mit der Lithium-Batterien eigentlich schon am Ende der Fahnenstange angelangt. Die physikalischen Gesetzmäßigkeiten geben nicht mehr viel her. Man kann jetzt an einigen Stellen noch mit der Schraube drehen, aber dann war es das. Es wird keine signifikanten Sprünge geben. Damit bleibt der Nutzungsgrad, der Wirkungsgrad so gering wie im Moment, in der Qualität zumindest. Und ja, er kann mit dem Verbrenner nicht konkurrieren. Vielen Dank.